hey leute willkommen zu einem neuen backvideo und zwar gibt es heute super saftiges und leckeres bananenbrot es ist ziemlich schnell gemacht es ist super lecker und durch die nüsse vielleicht auch ein bisschen weihnachtlicher ich habe das ganze auch noch mit schokolade getoppt und wir legen auch direkt los und werden uns jetzt den bananen kuchen zubereiten wir benötigen margarine dann ein paar bananen eier zucker walnüsse die habe ich einfach mit einem messer klein gehackt backpulver vanillezucker zimt und mehl und dann geht es auch schon los ich mache die bananen indem ich das einfach mit einem mixer kurz so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schieben wir das alles schön in die Form Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020